Hallo zusammen, mein Name ist Holger Dahl, Vorstand des MTV Köln. Habt ihr ein paar Minuten Zeit für uns? Wir brauchen eure Unterstützung. Okay, los geht's! Wir befinden uns hier auf der Sportanlage des MTV Köln am Herler Ring. Ihr seht den ehemaligen kleinen Aschenplatz. Hier wurde bis in die 80er Jahre Faustball gespielt. Und im Anschluss wurde dann das Feld als Trainingsmöglichkeit für unsere Hobby-Fußballgruppen für Kinder und Jugendliche genutzt. Nach einer Kieselrotsanierung im vergangenen Jahr ist dieses hässliche Loch zurückgeblieben. Und genau hier wollen wir unseren multifunktionalen Kunststoffplatz errichten. Spielfeldern für Fußball, für Handball, Basketball, Tennis, Volleyball und mehr. Vor allen Dingen für unsere Kinder und Jugendlichen ist das sehr, sehr wichtig, weil wir hier auch unsere Feriencamps anbieten. Aber auch unsere Seniorensportler und die Outdoor-Fitness-Sportler freuen sich über Trainingsmöglichkeiten, die das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Das Land NRW fördert das Bauprojekt mit 85 Prozent der Baukosten. Den Rest müssen wir beisteuern. Nur wie? Die Kassen sind leer, Corona-bedingt und durch den monatelangen Lockdown sind Riesenmücken in unser Budget gerissen. Deswegen haben wir die Spendenkampagne Platz machen gestartet und bereits 12.000 Euro eingesammelt. Das ist fantastisch, aber es reicht leider noch nicht. Wir brauchen weitere 11.000 Euro, um unser Bauprojekt realisieren zu können. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Helft uns, den multifunktionalen Kunststoffplatz zu bauen. Jeder Euro, jede Spende zählt. Platz machen! Ja, hallo, ich bin der Jürgen, bin schon lange hier im MTV und freue mich sehr, hier draußen zum Beispiel auch Sport machen zu können. Nun ist das hier, das kleine Areal, noch etwas erneuerungsbedürftig. Hier soll ein schöner Multifunktionsplatz hin. Wir brauchen den Platz, damit alle Mitglieder des Vereins ganzjährig hier Sport betreiben können. Hallo, ich bin Jakob und ich bin Josef. Wir sind Mitglieder beim MTV und spielen sehr gerne Tennis. Und wir würden hier auf diesem Platz noch gerne weitere Sportarten ausüben. Platz machen, sonst knallt's!